Nuri Schein kommt nicht an den Ball, kommt weiter Jungs, vier Minuten noch. Jetzt der lange Ball in den Strafraum. Neven. Und jetzt Tor, 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 Tor. Zwei Minuten müssten wir mindestens noch haben. Santana, Kopfballverlängerung, Schieber, wird zu Fall gemacht, könnte Freifuß geben. Spiel läuft weiter, aber dann geklärt. Der Ball ist im Aus, Einwurf, Schmelzer. Lewandowski jetzt, mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor, 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 Tor. Für Borussia Dortmund. Drop it!